Machen wir mal ein Video vom laufenden Motor, dann hört ihr mal, wie die Kiste läuft. Der Motor läuft sauber. Und auch vorne im Motorraum. Schauen wir mal rein. Also man hört auch keine komischen Geräusche, kein Klappern, gar nichts. Also der läuft wirklich seidenweich. Das Getriebe stellt auch sauber. Machen wir mal wieder aus, dann hört ihr mich besser. Also wie gesagt, der Motor läuft richtig gut. Das Getriebe stellt sauber, die Kupplung trennt sauber. Die Bremsen wurden zum Teil auch erneuert, also man sieht hier, der Mainzylinder, der ist komplett neu. Dann hinten wurden Zylinder ausgetauscht, vorne wurden Bremsschläuche getauscht. Und ja, also klar, ich meine, in der Preisklasse, Kleinigkeiten gibt es immer zu machen. Scheinwerfer vorne auf EU umrüsten und ja, so Kleinigkeiten. Aber ich sage mal, in der Preisklasse, so eine Kiste in Deutschland, selbst drüben in den USA, gibt es halt sowas nicht mehr an Mast. Also wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ihr Bock drauf habt, zugreifen. Dann должен den посмотреть, o Jean-Bern, darst du mir nicht mehr an Mast. Also wie gesagt, wenn Sie da auf dem eventually haben, sehen Sie da, wo ich jetzt besser ausges짝t, Vielen Dank.